Im Dialog Nebenkostenpositionen können Sie für die vorhandenen Nebenkostengruppen, die Sie links oben in der Nebenkostengruppenliste auswählen können, die bei Ihnen relevanten Nebenkostenpositionen anlegen. Berücksichtigen Sie bitte, dass diese hier aufgeführten Nebenkosten innerhalb der entsprechenden Gruppe von Ihnen mit den blauen Pfeilen entsprechend sortiert werden können und dass Sie in der Lage sind, mit Hinzufügen weitere Nebenkostenpositionen anzulegen. Diese werden Ihnen am Ende der Liste angefügt. Sie können genauso eine Nebenkostenposition in der Liste anklicken und einfach mit Klick auf Löschen diese aus der Liste entsprechend entfernen. Beachten Sie, dass Sie jede Nebenkostenposition, die Sie ausgewählt haben, einer Beschaffungsart oder und einer Fibonummer zuordnen können. Beschaffungsarten und Fibonummern sind Klassifizierungen, die Sie selber anlegen können, die für individuelle Auswertungen zur Verfügung stehen. Über das Feld Beschreibung sind Sie in der Lage, den Nebenkostenpositionen eine umfangreichere Beschreibung zu geben. Die hier hinterlegten Nebenkostenpositionen stehen Ihnen unter anderem in der Verkaufsbilanz entsprechend zur Verfügung und können projektbezogen mit geschätzten Kostenansätzen gefüllt werden. Das Feld Beschreibung ist eine Umweltschäden, die Sie in der Lage sind, die Sie in der Lage sind, die Sie in der Lage sind.